das ist unser wunderschöner weihnachtskranz in form einer kiste die weihnachtszeit kommt näher aber uns fehlt noch eine kleinigkeit die wir gerne hier hinstellen würden genau das das hier in groß da gehen wir jetzt mal los und suchen was aus dann such dir einen aus schatz das hat was gefunden die da da fehlt doch ein komma machen wir da noch ein komma zwischen die 0 und die 9 dann nehme ich ihn mit kommt dann in der karte ich glaube das ist alles ein bisschen zu groß schatz ich würde dir echt gerne helfen aber ich muss das handy halten das tut mir ganz leid wo bist du hin? da ist er! und Ilyas? wo ist er? da ist er! Ilyas! guck guck! ja und der ist größer muss man halt ein bisschen zurecht schneiden oder? der sieht noch ein bisschen verrupft aus aber ein bisschen die haare kämmen und dann passt das schon also der ist okay den kann man beiseite stellen ich drehe mal weiter langsam jetzt haben wir uns entschieden für den und den machst du dann hübsch ja Schatz? bist du sicher dass du den willst? magst du den ja? ja weißt du was hier fehlt? Glühwein es gibt dieses Jahr gar kein Glühwein hier dabei haben wir keine Masken gar nichts mehr normalerweise gibt es hier lecker Glühwein und Waffeln und dann trinkt man hier noch einen gemütlich aber müssen wir wohl dieses Jahr verzichten deswegen haben wir uns auch ganz schnell entschieden du hast entschieden du hast entschieden dir gefällt der Baum und ich mag ihn auch ja müssen wir halt mit dem platz klarkommen wo bleibt das taxi taxi schafft das noch du musst andersrum fahren du fährst jetzt rückwärts egal komm so jetzt hole ich meine Handwärme so klappklappklappklappklappklappklapp mach weiter ich glaube das reicht schon Schatz wenn du den klappst das klappt dann klappt es? klappt es? nimmst du die Matte Ilias? ja niemals lass ich meine Frau etwas arbeiten ja stimmt Gilles hat so viel Hunger dass er nicht mal Mütze und Jacke auszieht vom Essen was gibt es bei dir Loj? da auch da auch was gibt es bei dir Schatz? Fischkartoffelsalat und Gemüller auch naja was gibt es bei mir? Kackbällchen Kackbällchen mit Kartoffelstampf und einem gesunden Salat das sind doch keine Kackbällchen wir müssen uns stärken es war jetzt so anstrengend den Baum zu kaufen gell? schüttchen Gabel schüttchen Gabel 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 bitteschön guten Appetit guten Appetit guten Appetit wow das machst du aber fein ich bin schneller als die Stichsäge so soll ich mal Zeitlupe machen? ich will sie ganz langsam alles sonst Zeitraffer ne Zeitlupe also ganz langsam oder ganz langsam ja hofft ich will nicht in die Fliesen schneiden das stimmt ich säge so scharf du schneidest bestimmt in die Fliesen ja ich habe kein Feuer gemacht guck mal wie schön naja sehen wir uns auch machen wir Untersetzer ja bitte machen wir noch ein paar hallo Bau ich wäre sie richtig ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020